Mein Name ist Frank. Wir haben eine kleine Erfahrung gemacht auf diesem Barcamp, was man bei vielen anderen Barcamps sieht, dass bei der Sessionplanung viele Männer nach vorne laufen und wenige Frauen. Also habe ich mir die Frage gestellt, wie schaffen wir denn im weiteren Projektverlauf eine Session Barcamps zu kreieren, die tatsächlich für alle Geschlechter angenehm sind, wo alle sich einbringen, wo alle sich beteiligen. Die Session haben wir auch gemacht, da waren dann interessanterweise ausschließlich Frauen dabei, außer mir. Wir sind schnell von dem Punkt weggekommen, dass sich Frauen nicht trauen würden, was ja so ein extrem klischeebelahendes Bild ist. Wir sind dazu gekommen, dass es hier eben vermutlich Technikaffinität war und die Frage eben, kennen wir die Methode schon, haben ein bisschen Kritik daran geübt, wie diese Methode vorgestellt wird, gerade im Hinblick darauf, dass wir eine weitere Barcamps veranstalten wollen. Also, dass wir noch detaillierter klar machen müssen, wie offen dieses Format ist und wie viel Freiraum genutzt werden kann von allen, die dabei sind. Ja, und dann haben wir uns einfach auch mit der Frage beschäftigt, möglicherweise gar nicht der Fehler derjenigen, die nicht aufs Podium gehen, dass sie nicht aufs Podium gehen. Vielleicht müssen sich diese Frage eben diejenigen stellen, die nach vorne preschen, die wenig sensibel dafür sind, wenn jemand Zweifel hat oder unsicher ist. Denn wie das Ergebnis am Ende aussieht, das ist ja die Verantwortung von allen im Raum. Um letztlich ein vernünftiges Barcamp zu kreieren, sind wir zu keiner Patentlösung gekommen. Wir glauben allerdings, es ist natürlich wichtig, so niedrigschwellig wie nur irgend möglich dieses Format vorzustellen, klarzumachen, dass alle, also wirklich alle eingeladen sind, da teilzunehmen. Und dann sind wir guter Dinge, dass das am Ende auch erfolgreich sein wird.